Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, herzlich willkommen hier im Wim-Raum zur Pressekonferenz und draußen im Clubhouse. Nach dem Spiel SV Spielberg gegen den 1. FC Normandia gewinnt. Bei mir sind die beiden Cheftränern zu meiner Rechten, Holger Traub. Herzlich willkommen hier in Spielberg. Und unser Trainer Tobias Winter, Herr Traub. Ich glaube, es war im Endeffekt 90 kuriose Minuten. Der SV Spielberg hätte eigentlich klar gewinnen können mit dem Torschuss. Aber auch, wenn ich die Paraden unseres Torwarts sehe, hätte auch der FC Normandia gewinnen können hier. Endstand 1 zu 2 zu 2. Hallo zusammen, Tobias. Hallo, grüß dich. Danke für die freundschaftliche, den Empfang hier. Absolut richtig, total kurioses Spiel. Wenn wir blicken beim Stande von 2 zu 0, unser Keeper, der Yannick Ellermann, hält uns ganz klar im Spiel. Oder beziehungsweise ihr lasst uns überhaupt die Chance, hier noch einen Punkt mitzunehmen, indem ihr diese Chance zum 3 zu 0 nicht macht. Wenn dieses Tor fällt, ist das Thema natürlich durch. Und das hat Ravensburg uns schon mal gelassen, das habt ihr uns gelassen. Und sowas macht die Jungs unheimlich stark. Und da bin ich unheimlich stolz auf die Moral und auf die Reaktion, da wirklich daran zu glauben. Selbst noch in der 80. und in der 83. Minute bei 0 zu 2. Hier echt die Jungs wollten das Spiel am Ende gewinnen. Und das ist eine tolle Moral, das ist wirklich super. Leider ist es so in der Liga, dass wir uns bislang, und das sind wir einfach selber schuld, um die Punkte bringen, die uns eigentlich vielleicht auch zustehen würden in dem ein oder anderen Spiel. Heute sicherlich muss man aus unserer Sicht mit dem 2 zu 2 ganz klar zufrieden sein, aufgrund von dem Spielverlauf von den Toren hier. Aber ich denke, über 90 Minuten gesehen war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Mal phasenweise Ballbesitz bei entsprechend Spielberg, dann aber auch mal bei uns. Ich denke, Chancen waren auch auf beiden Seiten, hüben wie drüben, auch Hochkaräter, unter anderem bei uns das 1 gegen 1, wo euer Torwart da überragend hält in der ersten Halbzeit. Oder dann eben, wie gerade eben schon beschrieben, eure Chance zum 3 zu 0. Und ja, die Tore, die Tore, die ärgern mich natürlich. Das 1 zu 0, wo wir einen Stellungsfehler auf dem langen Pfosten haben, beziehungsweise euer Spieler nach vorne arbeitet und wir aus dem Auge lassen, und dann staubt euer Routinier entsprechend ab. Das ist natürlich eine Wahnsinnsqualität, die wir bei unserer Chancenverwertung halt lange suchen. Und das 2 zu 0, ja, kann man sich auch drüber ärgern, aber es ist natürlich ein wunderschönes Tor, es ist unglaublich, wie er den Ball reinmacht. Und über 90 Minuten, aber meiner Meinung nach ein absolut faires Ergebnis, auch wenn es, wie gesagt, etwas glücklich ist für uns aufgrund der zwei späten Tore. Vielen Dank, Oliver. Tobias, die Enttäuschung sitzt wahrscheinlich sehr, sehr tief. Es war auch nicht mehr zu erwarten, nach dem Tor noch von Stefan Müller, dass man, glaube ich, nicht unbedingt abpfeifen muss, aus meiner Sicht. Zum 1 und dann Kaplani die Chance, und zum Schluss steht man da mit nur einem Punkt. Hallo zusammen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ganz klar. Ich glaube, dass in so einem Spiel, was dann wirklich auch, ich will nicht sagen, dass wir es immer klar kontrolliert haben, das Ergebnis hat definitiv für uns gesprochen, aber die Spiele sind dann schon oft so, wenn dann der Gegner den Anschlussgreffer macht und viele hohe Bälle kommen, die wir dann vielleicht auch nicht mit maximaler Entschlossenheit dann auch bereinigt haben, um uns Luft zu verschaffen, dass wir einfach dann auch mal kompromisslos vielleicht von hinten klären, da war der Druck dann hinten raus, natürlich groß vom Gegner durch die lange Bälle, das ist klar. Alles in allem muss man schon sagen, als Fazit, ich glaube, wir sind gut reingekommen in der ersten Halbzeit, haben wir am Anfang gut gespielt, dann hat es ein bisschen Nachklasse, wir gehen dann kurz vor der Halbzeit zu einem guten Zeitpunkt in Führung, sind auch gut aus der Halbzeit rausgekommen, haben da dann auch gute Tormöglichkeiten, alles in allem stehen wir hier mit einem Punkt, weil wir es versäumt haben, das Ding zu entscheiden, beim Stand von 2-0 ohne Wendung ab. Tobias, sicherlich war das so Mitte der zweiten Halbzeit dem Druck von München geschuldet, aber ich denke, wir haben uns auch ein bisschen zu arg nach hinten abgesetzt, sodass der Druck natürlich auch immer stärker wurde. Ja, das entwickelt sich ja, das gibt ja niemand vor, dass wir uns hinten reinstellen in der Situation, das bringt das Spiel mit sich, der Gegner spielt dann immer wieder nach vorne, man muss auch sagen, dass er nicht nur lange Bälle gespielt, aber das darf gar nicht so rüberkommen, am Schluss ist das ein normales Mittel, aber es war schon so, dass er natürlich, so wie der Kollege gesagt hat, der Ballbesitz ist hin und her gegangen und klar rutscht man dann mal ein Stück tiefer rein, aber logischerweise war das keine Vorgabe zu dem Zeitpunkt. Und Herr Traub, dennoch, das Ziel kann ja nur Klassenhalter heißen, oder? Ja, also alles andere wäre, denke ich, auch vermessen. Ich finde es beeindruckend, wie Ilshofen und die gewinnen heute wieder. Kompliment an Ralf, wie sie das über die Saison reinkriegen, das ist wirklich extrem beeindruckend und man sieht, was möglich wäre, auch als Aufsteiger mit den Mitteln und das ist natürlich schon ein Thema, wo wir uns Gedanken machen, woran liegt es bei uns, dass wir nicht in den Tabellenbereichen liegen, wo Ilshofen liegt, aber wenn man heute einfach sieht und es zieht sich über die Saison, wie wir die Chancen einfach nicht machen und ohne Tore gewinnt es eben kein Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, dann muss man das auch so nehmen, wie es ist und das Beste einfach holen, was geht und aktuell ist eben genau das, das Beste, was geht und deswegen sagen wir, kann es nur über den Klassenerhalt gehen, das muss das Ziel sein, sonst brauchen wir gar nicht antreten und insofern, ja, korrekt. Vielen Dank, Holger, wir wünschen eine gute Heimreise und viel Erfolg weiterhin. Tobias, wir haben jetzt über eine Stunde vergangenen Samstag in Baling gut gespielt, heute auch eine gute Stunde, wie kriegt man die Mannschaft dann wieder, das aus den Köpfen aus, wenn man dann unterm Strich doch nur einen Punkt hat? Ja, das ist heute natürlich schwierig, aber am Montag, wenn wir das schon dann hinbekommen, dass man einfach, ich glaube, es ist schon auch so, wenn man sich das immer wieder vor Auge führt, wo man steht, wie die Situation ist, das macht es mal definitiv nicht leichter, sondern wir müssen gucken, dass man Samstag für Samstag rausgeht, dass wir das, was wir beeinflussen können, dass wir versuchen, jeder Einzelne alles auf den Platz zu bekommen und dann muss man sagen, wenn wir auch in den nächsten Spielen zu einem Punkt oder zu drei Punkten kommen, wir haben heute gepunktet, es tut am Schluss weh, weil mehr drin war, aber wir haben letztes Jahr eine Situation gehabt, da hat uns auch Unentschieden mit 2 zu 2 mal ziemlich gut getan in Neckar. Danke. Okay, dann viel Erfolg, Tobias, kommt es hoch, es geht nicht immer gegen uns. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem Spiel heute, ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende und denken Sie dran, heute Nacht wird die Uhr um eine Stunde zurückgestellt und kommen Sie morgen alle eine Stunde zu früh zu Ihrem Termin. Vielen Dank, eine gute Fahrt und tschüss. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de